Herzlich Willkommen, Anne-Sophie Mutter und Lambert Orkos. Jeder Mensch möchte Respekt entgegengebracht bekommen und hat ein Recht auf ein Leben in Würde und dafür stehen wir ein. Und ich wollte zusammen mit meinen Musikerkollegen des Leipziger Gewandhaus einfach ein Zeichen setzen für die Nächstenliebe, für die Vernunft und für die Empathie. Musik 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 Jeder von uns kann was tun. Es muss ja nicht ein Goldbarren sein, ein bisschen Zeit und 5 Euro sind schon mal ein sehr guter Anfang. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020